Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Anting Mythos und wir spielen wieder Clicker, Heroes 2, ich wollte gerade Oxygen Not Included sagen, aber das stimmt nicht so ganz. Wie wir sehen, die sind gerade noch gut im Lauf. Ich habe aktuell fast 15 Mana pro Minute und ich habe eine Menge Energie und Mana an sich. Gar nicht mal schlecht, ne? Äh, das Ding ist ausverkauft, das ist interessant. Wir haben, wir kaufen hier noch ein bisschen Mana nach, damit das hier so ein bisschen weiter geht. Ich meine, 2x2 Rubine für 10 Mana ist mittlerweile nichts mehr, wir haben 13.000 von dem Kram. Ähm, ja, wie sieht unser Bild aktuell aus? Wir sind aktuell im Goldbild offensichtlich. Erkennt man wahrscheinlich an Golden Clicks, ich weiß es nicht. Ne, ich bin hier also schon bei Energie gewesen, blablabla, Energie, Energie, Energie-Krams. Ich wollte irgendwo hin. Ich muss bloß überlegen, wohin. Ich glaube, ich wollte hier hoch. Bin mir nicht sicher. Ich wollte auf jeden Fall, denke ich, kann ich mir hier die Treasure Chest-Krams mitnehmen, das ist immer eine gute Sache. Und dann könnte ich hier oben reingehen. Das ist eine gute Frage. Ist das sinnvoll? An für sich nicht so sehr. Ähm, wir gucken mal, ob es noch was Besseres gibt. Hier oben wollte ich noch hin, das ist auf jeden Fall angesagt, weil hier gibt es nochmal Mana-Reck. Dann könnte ich hier rum und nochmal Mana mitnehmen. Dann nehmen wir hier die ganzen Energie- und Mana-Sachen mit. Dann haben wir noch 3, das heißt, 1, 2, 3, also noch ein Level und dann kann ich noch die Max-Mana mitnehmen. Und vielleicht nochmal auf das Gold hier unten gehen, das weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Also wir haben sehr, sehr viel Energie und Mana an für sich. Mittlerweile haben wir 15 Mana-Reck. Das ist verrückt, man. Das ist das Dreifache vom Start. Ähm, es müssten auch bald bei 300 sein, genau. Das wird nicht fix sein, weil irgendwo wird hier bestimmt ein Mana-Reck zwischen sein. Ich gucke da jetzt nicht durch, das dauert nicht zu lange. 3% Click-Damage wollen wir nicht zwingend. Auto-Attack-Damage auch nicht. Wir haben jetzt hier halbwegs alles abgegradet auf 2 mindestens. Und teilweise schon auf 3, was eigentlich relativ praktisch ist. Wobei ich Energie hier nicht zwingend brauche, aber es war besser als 1% Mana- oder Mana- oder Mana- oder Mana- oder Mana-Reck, wollte ich sagen. Das ist dann schon nicht schlecht, sagen wir mal. So, da fällt mir was auf. Ich müsste mal was am Automator ändern. Das ist natürlich jetzt blöd gelaufen, weil die Energie jetzt niedriger ist als... Ha, gut, jetzt habe ich es noch gefixt. Das ist das Einzige, was sehr, sehr schwächelt. Also ich muss mal gucken, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, Power-Search noch ein bisschen mitzunehmen. Weil, ähm, das hier hat 45 Sekunden, äh, das dementsprechend nicht. Und es ist so... Kurz gucken. Es ist so ein bisschen... Äh, will ich dazu sagen, ne? So ein bisschen... Äh. Es schwächelt. Ich meine, ich habe jetzt halt Heist mitgenommen durch... Ähm... Naja, hier ein paar Skill-Punkte so ein bisschen zwischendurch. Bestimmt irgendwo. Ich habe ja auch mit Absicht schon welche geskillt letztes Mal. Ich meine, ich habe ja die großen Gelben mitgenommen, die man mitnehmen kann, wenn ich direkt daneben lag, sage ich mal. Warum dann nicht mitnehmen, ja? Ähm... Aber das lässt das Power-Search halt schon alt aussehen. Und das meiste gibt es oben bei Crit. Das ist halt... Naja. Nicht so geil. So, wie sieht es aus mit dem Boss? Schaffen wir? Schaffen wir nicht, aber nächste Runde, denke ich. Ähm, wir laden mal unser Crit-Bild. Moment, ich muss mal ganz kurz was gucken. Wir haben 14.000 und 1.000. Also wir sind noch nicht allzu weit gekommen. Gut, das letzte Mal war vorgestern, wo ich gesettet habe. Ist das richtig? Auf dem Freitag? Das könnte sein. Nee, auf dem Donnerstag, ne? Auf dem Donnerstag. Donnerstag. Ich muss mal überlegen, wie lange das letzte Resetten her ist. Ich meine, so lange, wie wir noch 9 Level kriegen pro Dingens, sind das fast 1 Level pro Stunde. Ja. Ja. Ja, kann man so nehmen, sage ich mal, ja. Ich glaube, wir hatten sogar 12 Level oder so insgesamt. So, hier steht jetzt 11 dran. 12. Wie sieht es hier aus mit Einkaufen? Wir kaufen mal ein Item. 20 Minuten Gold. So, 12 Punkte. Jetzt die große Frage. Auch hier bin ich schon relativ weit im Krit-Baum drin. Ich habe schon so einiges mitgenommen. Ich habe überlegt, habe ich nicht noch irgendwie hier unten zu dem... Das ist Multiklicks, das will ich nicht. Ja, das ist so weit weg. 15% Klickschaden. Wäre noch ganz praktisch, aber ich müsste hier so viel Unnützenkram mitnehmen. Naja, wobei... Wenn wir jetzt mal genau schauen. Wenn ich jetzt hier runter gehen würde. Das sind 2, 3. Das ist genauso viel wie 2. Das ist einer mehr als hier. Weniger, meine ich. Dann gehe ich hier runter. Gehe hier runter. Das sind dann 3, 5, 6, 7 Punkte bis hier. Dann kann ich hier den ganzen Krit- und Power-Search-Kram noch mitnehmen. Vorzugsweise erst mal hier lang, weil hier gibt es den stärkeren Krit. So, dann würde ich auf jeden Fall noch Fragsworth mitnehmen und das Krit-Damage von hier. Dann überlege ich noch hochzugehen zu Mega-Big-Klicks, weil ich ja mit Big-Klicks arbeite aktuell. Und Huge-Klicks jetzt nicht so. Das ist ja wieder so eine Sache, die gibt es hier hinten halt relativ wenig, die gelben Hugeys. Hier gibt es eine und hier drin gibt es halt einiges. Überall. Ist halt so eine Sache, ne? Deswegen gehe ich erst mal hier runter. Versuche weiter Power-Search zu skillen, weil 83 Sekunden ist schon eine Menge. Es sind fast anderthalb Minuten. Und anderthalb Minuten, jede Sekunde, 1% Krit obendrauf ist schon nicht schlecht. Ich versuche ja, dass das so möglichst zu halten. Deswegen gibt es hier wenig Haste erst mal, solange, naja, wie ich das noch aufbaue, sag ich mal. Aber unsere Krit-Chance liegt bei 10%. Das ist echt jetzt eigentlich nicht so hart, ne? Aber 10%, klar, jeder 10. Hit ist garantiert kritisch. Also, naja, garantiert nicht, aber schon hohe Chance. 900, 800% Schaden. Das ist halt das Einzige, was halt schwach an der Sache ist. Ne? Das ist ein bisschen problematisch. Hier brauche ich halt auch nicht ganz so viel Mana-Rack, weil ich das hier halt unendlich lange brauche zum Nachladen, sag ich mal. Das ist halt dann etwas komplizierter. So, Automator-Points. Haben wir irgendwas, was wir haben wollen? Ich glaube, wir haben eigentlich alles, ne? Wir haben ja unseren... Ding uns hier zusammengebaut, soweit. So, äh, lassen wir mal Lucky-Lucky machen. 2% Total Mana. Wir haben jetzt Crit. Clickable Gold. Click Damage auf Ring. Jo, das ist ein Upgrade. Und Total Mana auf Waffe brauchen wir nicht. Also hier werde ich halt hauptsächlich auf Crit-Schaden und auf Click-Schaden gehen. Weil ich muss ja dann irgendwie das auch mit dem Schaden erhöhen, ne? Wenn die Basis höher ist, ist der Crit-Schaden natürlich enorm. Ganz klare Sache, ja. So. Also mir fällt jetzt nichts ein, was ich zwingend bräuchte. Was noch eine schöne Spielerei wäre, was man vielleicht irgendwie nutzen könnte. Ich weiß auch nicht, warum man ein Spiel pausieren sollte. Vielleicht, wenn Energie unter so und so Prozent pausiert hat Game? Keine Ahnung. Macht keinen Sinn, weil du da nicht reckst. Was ich mir noch vorstellen könnte, wäre, wenn man weit weg von Mobs ist. Hier, dieses Ding hier oben. Oder was ich mir vorstellen könnte, ist... Ähm... Wie kriege ich denn das hin? Beklickt ist mehr als Null? Ne. Gab's hier nicht sowas, wie wenn Boss tot, dann du kannst? Dann du kannst machen? Vielleicht tue ich mir mal die ganzen Beklick-Geschichten. Das ist gar nicht so blöd. Da haben wir zwei, vier, zwei, vier, fünf. Das ist länger. Vor allem etwas Automator-Speed. Das ist gar nicht mal schlecht. Wir kommen sonst nicht an Geschwindigkeit. So, dann gehen wir halt da mal lang. Das ist auch nicht verkehrt. Jut, die nächsten Bild durchgeglotzt. Ab zum dritten. Mischbild. Der wird wahrscheinlich übelst eingestaucht sein. Da werden wir mal sehen. Kann ich ja nebenbei mal gucken, ob es irgendwas gibt, was Neues. Neues 52. Was ist das denn? Achso, das ist der Clicker-Hero-Skill-Tree. Ha. Ja. Ja, danke, Spiel. Ich weiß. Ja. Ja. Ich finde das so geil. Das ist aber nur, wenn du Sound anhast. Manchmal ist es allerdings, wenn ich jetzt den Sound ausstelle, zum Beispiel, und dann zwischen den Weltenwechsel, dann kann es sein, dass so eine... Wenn du die Welt geschafft hast, da kommt da so eine Musik. Die läuft dann im Hintergrund. Einfach so. Aus dem Nischt heraus. Naja. Tja, hier bin ich halt in Richtung Gold gegangen, diese Runde. Ob das jetzt so smart war, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall nehme ich mir jetzt hier die Huge-Clicks mit. Die sind jetzt dann auf 1450. Gar nicht mal schlecht. Das heißt, ich müsste versuchen, mir das Echo zu holen, damit sich der Huge-Click lohnt. Wir haben, äh, 32 pro Sekunde. Ei, 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 ei. Ich werde jetzt, wie gesagt, versuchen, dann, äh, mir das Echo zu holen. Das sind allerdings, äh, drei Punkte. Fünf, sieben. Ähm. Elf Punkte bräuchte ich jetzt nochmal. Ich könnte bis elf Punkte sparen und dann dahin gehen. Hunde ich mir das Echo, hab nochmal ein bisschen Haste. Ich stehe sowieso voll auf Haste immer noch. Trotz, dass es eigentlich nicht mehr so effektiv ist. Schauen wir mal. Ich hab jetzt noch einen Reset. Und hoffe, also ich werde den wahrscheinlich nicht resetten, bevor ich nicht die Welt geschafft habe. Beziehungsweise es wird schwierig, also... Müssen wir mal gucken. Ich weiß noch nicht so genau. Weil das hier ist so ein Bild, der ist so ein bisschen... Hier bräuchte ich auf jeden Fall eine Menge Mana-Reck eigentlich. Weil ich verbrauche durch die hohe Geschwindigkeit so viel. Ne, ich kann im Grunde alle zwei Minuten ungefähr hier in den Power-Sold reinhauen. Das sind ja alle zwei Minuten 50. Ich bräuchte ja im Grunde... Alle... 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 50 Sekunden ungefähr... Bräuchte ich, äh... 50 Mana, also das ist Wahnsinn. Was auch hier wieder geil ist, es gibt ja keinen Job, ne? Ich kann nicht einkaufen. Gut, aber ich würde sagen, wir gucken uns das Mischbild jetzt nicht an. Das ist halt ein trauriges Spiel hier. Naja... Können wir mal gucken. Wir haben 15% Crit-Chance, was echt viel ist. 2.500 Critical Damage Multiplier. Also 15%. Gar nicht mal ohne. Naja, ein bisschen Mana-Reck. Ein bisschen Gold von den Ressourcen, was eigentlich eine Menge ist, ja. Ohne irgendwas, das hat ja viel zu tun jetzt noch. 16% Bonus-Gold. Also der Durchschnitt ist schon ziemlich geil, aber das ist halt irgendwie ineffektiv. Oder es dauert halt einfach so lange hier am Ende. Ich weiß ja nicht, wie weit das Spiel vorgeplant ist, ne? So, dann schauen wir uns doch mal den Goldbit mal richtig in Action an. Oh ja, toll. Und gehen dann zum Boss. Geil. Das ist jetzt auch eine Sache, die ich nicht mag. Ich kann jetzt hier nicht einkaufen und mir das Mana nachholen, das mir fehlt. 16,89 Mana. Stimmt, jetzt müsste ich ja rein theoretisch 0,75 kriegen. Pro, pro Skillpunkt. Das ist hammermäßig. Aber wir können uns das jetzt mal anschauen. Wir schaffen den Boss jetzt. Ja. Und haben dann einen kleinen Vorteil, sag ich mal, dadurch. So. So. Können dann nämlich mal gucken, was unsere Originalwerte sind. Wenn der Boss gleich tot umfällt. Wir haben so viel Energie, dass, das, das wird nicht leer bis dahin. Und wir kriegen auch bald wieder, äh, ein Dingens zurück. Das hat also echt was drauf. Ich meine, ich hab sogar 150 Energie und Mana, die ich hiervon wiederkriege, ne? 43% Reduction. Cooldown Reduction. Irgendwann ist das Ding so hoch, dass ich das auch permanent halten kann. Bloß das hier ist, also permanent vor allem, ich krieg ja hier die Cooldown nicht runter. Oh. Hä? Das ist, das ist verwirrend. Okay. Da stand, ihr habt es gesehen, da stand auf 10. Habt trotzdem was eingeskillt. Ah, Buggy. Äh. Ja. Wie auch immer. So. Wollen wir mal gucken. Komm schon. Könnt ihr ein bisschen nachhelfen. Ich meine, ich hab so viel Krams. Triple-Click-Button, Triple-Click-Button. So. Automator dürfte aus sein. Yep. Dann können wir mal Lucky-Lucky machen. Unsere Basis-Stats sehen folgendermaßen aus. Crit-Chance. Gut, okay, das ist ja für dich unwichtig. Wir haben, ähm, 145% Haste. Oh, wir haben 403 Energie. 402. Äh, eigenartig. Äh, 412 Max Mana. Äh, 270% Mana-Reck. Uh, das ist echt viel. Naja, Run-Speed unwichtig. 435, 435% Gold, 12% ungefähr Gold-Chance. 220 Monster-Gold. Das ist ein bisschen schwach. 9% mit Chester treffen und 1400%, die rauskommen. Und 84% Item-Kosten, nur Action. Also auf 84% Kosten. 71, wenn unser Skill läuft. Sehr schön. So, kaufen wir noch ein Item. Und legen mal los hier. Ähm, 3% Haste wollen wir nicht. 3% Mana-Reck wollen wir auch nicht. Gut, dann können wir das jetzt hier weiter laufen lassen. Ich denke mal, das reicht auch für heute. Wir haben einiges gesehen, wie es vorangeht. Ihr seht, das ist, naja, Damage-mäßig ein bisschen hakelig eigentlich. Ich hab ja gehofft, dass irgendwann mal so viel Gold bei rauskommt und die Reduction so weit ist, dass ich, äh, mal die weiteren Items kaufen kann am Ende. Mehr als die Brust zum Beispiel. Und dass irgendwann mal auch mal der Ring dazu kommt. Und dann vielleicht irgendwann wir so weit sind, dass der nächste Reihe mal dazu kommt. Das ist ja so das Ziel dieses Builds eigentlich. Gut, ich denke, ich muss noch ein bisschen den Pfad ein bisschen über, überdenken. Ein bisschen mehr Monster-Gold muss ich noch mitnehmen, damit diese Dinge auch mehr Wirkung haben. Ich überlege jetzt gerade hier runter zu gehen, nächstes Mal und hier unten das Power-Source wenigstens mitzunehmen. Das sieht nicht schlecht aus. Ne, das ist beides. Weil das Stained ist immer ganz gut. Und auch das wird irgendwann sich hochstacken. Bei 5% Duration. Das heißt, wenn das schon auf 100 Sekunden ist, dann kriegst du da mehr als 5 Sekunden dazu. Und nicht nur 3 Sekunden oder 2 Sekunden oder sowas. Das wird dann immer mehr. Ne, deswegen muss ich darauf achten, auf Haste zu verzichten erstmal. Es geht ja darum, dass Power-Source läuft, dass das Gold verdoppelt ist. Weil das sieht jetzt gerade relativ gut aus dadurch. Ne, 800, 800 irgendwas. Ist halt so der Sinn. Dass ich halt den Huge-Click-Discount fast permanent offen hab. Haut noch nicht ganz hin. Da muss noch ein bisschen Haste obendrauf, aber das darf auch nicht zu viel sein. Jo, da muss ich mal gucken. Also ich will auf jeden Fall den Huge-Click haben. Ähm, das sind, hier sind es 2, sind 4, sind 5, sind 2, sind 4, sind 5 bis dahin. Aber wir wollen ja auf jeden Fall die Sachen haben. Ist gar nicht mal schlecht. Quick Reload. Ja, ich könnte das so einstellen, dieses Ding, dass die Effekte nur 80% sind. Das wären hier 20, 30 Mana und Energie. Okay, dafür ist diese Cooldown-Reduction unendlich gesenkt. Ich hab keine Ahnung, also die Cooldown von dem Ding ist mächtig gesenkt. Das sind irgendwie anderthalb Minuten dann, hatte ich gesagt. 120 Sekunden sind übrig. Ohne alle 120 Sekunden könnte ich das benutzen. Dann könnte ich die hier fast permanent benutzen. Naja, stimmt auch nicht. Da stehen wir um 40% Reducer, um die Hälfte. Dann müsste ich dazu noch... Äh, nicht das. Es gibt hier irgendwo einen, so ein Teil. Da. Den nächsten Skill, den ihr benutzt, würde nochmal 50% reduziert werden. Das heißt, wenn ich den benutze, ja, der wieder ready wird, dann benutze ich den und hab dann nochmal den Effekt. Und benutze den, dann hab ich das Ding wieder runter. Das müsste so ein... so ein Flickflack zwischen denen geben. Dann müsste ich dann mit Reload und Preload arbeiten. Es gibt hier irgendwo so einen Stein dafür. Für Preload. Load. Hier, Preload an oder aus, ne? Das könnte ich dann, äh, so nutzen, sag ich mal. Juti. Jetzt aber wirklich Schnauze halten und auf Wiedersehen sagen. Gut. Ich halte die Schnauze und sag auf Wiedersehen. Geil. Du war ein james Willner. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Amt.